So, auf der Stelle einfach nur, weil wir es können. Ich bin nicht schon wieder ins Strandhaus zurückgeraten, wenn ich jetzt durch einen dummen Zufall Licht speichere. Gucken, gibt es hier hinten noch irgendwas zu holen? Die Karte ist ja einfach nur zu Ende. So, warum mache ich keine Aufgeräusche mehr oder was ist das kaputt? Ah, da. Hm, okay. Kann ja nicht überall was versteckt sein. Aber die Dinger schweben doch nur in der Gegend, oder? Die haben überhaupt keine Stange, an der sie befestigt sind. Faszinierend. Das, meine Damen und Herren, ist die Technik, das zu künft. Und da dürfen wir ja nicht hier nachdenken. Das, meine Dinger, können mich nicht mehr verletzen. Das, meine Dinger, können mich nicht mehr verletzen. Was ist das? 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 Was? Tag? Was ist das? Was? Das? Was ist 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 das? Ich weiß, das sollte öfter den Wurstpfeiler einsetzen, aber irgendwie glaube ich doch auch gefragt werden müsste. Oh, das ist ja so. Okay, wir müssen die Wurstpfeiler, das ist der Wurstpfeiler, das ist der Wurstpfeiler, das ist der Wurstpfeiler, das ist der Wurstpfeiler. Vielen Dank, dass du mich schon mal nicht als Ratte klassifizierst. Ach ja, umsonst so? Traum mal auf dem Fliegel nicht. So, 200 Riechen sind das, mindestens. So, 200 Riechen sind die Wurstpfeiler, das ist der Wurstpfeiler, das ist der Wurstpfeiler, das ist der Wurstpfeiler, das ist der Wurstpfeiler. Pass, 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 no more! So. Und was mache ich nun? Mein Nachteil ist, schon komme ich hier nicht wieder runter. Und wenn ich runterkomme, schlauen die auf mich ein, die geben auch nicht auf, weil die genau wissen, wo ich bin. Alter, ist das beknattert. Das ist er klein zu kommen, ja, ich komme hier runter. Komme ich ab. Er hat einen Intruder getötet! Wachst du ihn wiederfassest? Wachst du ihn? Wachst du ihn? Wenn du einen Erachter sehen kannst, dann werde ich ihn wegfassen! Wiedersehen! Ich hab hier was, würde ich... Ich hab hier was, oder? Stelle ich mich immer so an? Ich weiß es nicht. Spann ich an viel noch mal. Ich weiß es nicht. 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 Eines Tages kam der Erbauer zur Esse des Schmiedes. Und er sah zu und lauschte. Schließlich legte der Schmied einen Barren auf den Amboss und hob seinen Hammer. Und der Erbauer verwandelte den Barren mit einem Hauch in pures Gold. Doch der Schmied rief. Was ist mit meinem feinen Eisen geschehen? Wie soll ich nun eine Klinge oder ein Werkzeug spielen? Dieser Bachen ist wertvoll, aber nutzlos. Und da hauchte der Erbauer den Schmied an. Und der Schmied legt der Hammer und bleibt dann nieder. Seitdem sitzt er zu Rechten des Erbauers bis in eine Ewigkeit. Was für ein Schmarrn. Feuerkolle sind da nicht drin, oder? Alter, hängt hier da mal so auf? Also, ich will's gar nicht fassen. Wer, warum, so und überhaupt. Ein Gas, ach ja, ein Buspfeil. Also, wenn man so ein Gashaustritt würde ich eher einen Gaspfeil erwarten. Lalalalalala. Hm, na gut. Ähm. Was war denn das jetzt bitte für eine Nummer? Rapp! Verrückt. Speichern. So, wenn das Spiel noch auf komische Gedanken kommt. Hm. 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 So, wie. Ach, Korte, das Spiel ist niemals so schön. Hm. Hm. Hm, okay. Habe ich jetzt irgendwo ein Abzeug verpasst oder sowas? Nach oben will ich eigentlich nicht weiter. Und es macht, um ehrlich zu sein, auch nicht besonders viel Sinn. Ah, da fährst du hier. Der, den ich vorhin meinte. Oh, da fährst du auf. Oh, da fährst du nicht. Mein Gott, werf ihn einfach vor dich hin, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin für dich hin. Ich bin hier. Prilly, hast du etwas gefunden? Foul Marder! Untertitelung des ZDF, 2020